Mit der Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille ehren wir heute für den Monat Januar einen Mann, der mit seinem festen Klassenstandpunkt auf dem Fundament des Marxismus-Leninismus den bezahlten Provokateuren vom gekauften Abschaum der West-Berliner Unterwelt eine gnadenlose Abfuhr erteilt hat. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt Neuigkeiten. Ab sofort würdigen wir jeden Monat in dieser Sendung unsere Freunde von ARD und ZDF mit der Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille für politisch gefestigte Berichterstattung. Karl-Eduard-von-Schnitzler ist der geistige Vater der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, wie wir sie bei den Themen Klima, Migration, Corona und so vielen anderen Themen erleben. So wie von Schnitzler die politische Elite der DDR gefeiert hat, so verteidigen unsere Preisträger unerschrocken und entschlossen die Prinzipien der grünen Partei. Los geht's zur ersten Preisverleihung der Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille hier bei Achtung Reichelt. Ich bereite mich noch ganz kurz vor. Eine Sekunde. Genossinnen und Genossen, lasst nämlich zunächst die brüderlichen Kampfesgrüße des Generalsekretärs der KPDSU, des Vorsitzenden des Präsidiums, des obersten Genossens, Egelit Linoleum-Breschneff und seiner Partei der größten sozialistischen Oktoberrevolution und des ruhmreichen Kampfes gegen den Hitlerfaschismus ausrichten. Heute, jetzt in der Situation des verschärften Klossenkampfes, stehen wir fest und unverbrüchlich an der Seite des sozialistischen Brüdervölker. Liebe Genossinnen und Genossen, der Feind schläft nicht. In diesen Tagen erhebt die Fratze des Imperialismus wieder ihr schmutziges Angesicht, um das friedliche und bunte und diverse Erblühen unseres Landes auf dem Weg durch den lichten Höhen des Sozialismus anzugreifen. Darum gilt es mit ideologischer Wetterfestigkeit und eisenharter Entschlossenheit, die Errungenschaften des 47. Parteitalks besichern und auszubauen. Mit der Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille ehren wir heute für den Monat Januar einen Mann, der mit seinem festen Klassenstandpunkt auf dem Fundament des Marxismus-Leninismus den bezahlten Provokateuren vom gekauften Abschaum der West-Berliner Unterwelt eine gnadenlose Abfuhr erteilt hat und einen Anschlag auf die Freiheit, einen Anschlag auf die Existenz, auf die Arbeitsplätze, auf die Familie oder Werktätigen damit vereidelt hat. Den immer dreißeren Nachfragen der Tagesschau-Moderatoren, wer denn die Täter der Silvesternacht seien, widersetzte sich der Genosse Thomas Rostek-Heldenhoft im Namen unserer Werktätigen. Ich darf hier zitieren. Von den Tätern in solchen Kontexten zu sprechen, ist immer etwas schwierig. Das sind gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich größer Druck, der geherrscht haben soll, anlässlich nach zwei Jahren Pandemie und dass man an Pyrotechnik auch leicht rankommt und das zu größten Problemen geführt habe. Wir schauen uns jetzt gemeinsam nochmal an. Unser erster Preisträger der Genosse, Thomas Rostek. Polizeiangriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe. Richtig. Keine Chance für den imperialistischen Aggressor, ein Keil zwischen die werktätigen Massen und die Partei der Arbeiterklasse zu treiben, denn, wie der Genosse von Schnitzler ganz richtig kommentierte, nicht weil Unzufriedenheit herrschte, haben Provokateure die Unruhen in Fesseln, sondern weil von unserer Regierung, vom Politbüro der SED, alle Maßnahmen und Schritte eingeleitet worden sind, um die Anlässe der Unzufriedenheit zu beseitigen, nebenbei unser Werk zu umgehen zu verbessern und Hindernisse für die Einheit Deutschlands wegzuräumen. Liebe Genossen und Genossen, wer, wen, fragte Vlaimir Litschit Lenin in seiner Schrift, was tun und hat in aller Deutlichkeit hervorgehoben, dass der Krieg der Staatsmacht gegen die Burgos Vazir des eigenen Landes nicht nur den Sturz, der machte Burgos Vazir und die Niederwerfung ihres Widerstands einschließt, sondern auch den wütendsten, erbittertsten Kampf gegen die Burgos Vazir an der Wirtschaftsfront. In diesem Sinne gratuliere ich dem Preisträger Thomas Rosteck und Genossen Rosteck im Namen des gesamten Politbüros des ZK der SED und bitte den ersten Sekretär der Bezirksleitung Hamburg um die Durchführung der Maßnahme Ordensverleihung Rotwehrfront. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Die Medaille, lieber Genosse Thomas Rosteck, schicken wir natürlich Zeit dazu zum RBB, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ab jetzt jeden Monat die Karl-Eduard-von-Schnitzler-Medaille für politisch gefestigte Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien hier von Achtung Reichelt. Wir freuen uns drauf. Das war Achtung Reichelt. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.